Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Season 6, jaaa! Genau, so sieht's aus. Ich bin natürlich LOL, äh, der Spacken spielt oben Panther und ich spiel Ari. Spacken. Spacken in deinem Gesicht. Spacken in deinem Gesicht. Spacken in deinem Gesicht. Spacken! Gerdet, Ellers, Gott, Patek! Patek? Patek? Spacken. Okay, jetzt versuche ich mal Pateon am Anfang mehr auf Mana Regeneration zu machen, damit ich den Typen harassen kann und gucken ob das überhaupt funktioniert. Ja, da wir, harr, liege, fett, en lili, havelp. Pedeu, de, pöm, frites. Pedeu, de, pöm. Nice! Haward for en! Oh ja. Wat, wat vor en? Pedeu, de, pöm frites. Engelsgüster Miao-Bum-Blo-Lin Agurksalat Haben wir den Pülin Wenn die Leute fragen, welche Rache das ist, das ist bayerisch Safran, die Zützeln Auf jeden Fall Die Safran auch die Zützeln immer Oh ja Ich bin Morgana Verwöhnt mich Wo ist denn der Lies denn? Weiß nicht, ich bin in der Mitte echt nur ein bisschen Da ist er Hat dir geholfen Creepy Ach Menno, nicht getroffen Wieso schlägt er eigentlich immer mit seinem blöden Schild zu, der Pantheon Eigentlich müsste er doch viel eher zustechen Weiß nicht Was ist das denn für ein Blink? Wollt ihr mir irgendwas Bestimmtes sagen? Darf man mir irgendwas sagen Keine Ahnung Dass da vielleicht irgendwo was ist Hat der Sack sich jetzt weggeblinkt? Warte Ich bin die Sin, ich krieg schon dick auf'n Sack Äh, Dingsbums Nachtturm kommt nach oben, wa? Äh, Dingsbums Okay, doch nicht Ich lass mich pushen Zumindest Creept der bei uns im Wald rum Völlig freche Sache Hat der bei uns im Wald verloren Ja, das weiß keiner so genau So, alles klar Hammer, nice! Warte? Der Pantheon sagt, die werden Krieg kennenlernen Passt irgendwie so zu Darksiders Der Hero passt dann zu mir Er sagt auch einen coolen Spruch von wegen Äh, mich werdet ihr nicht in den Brunnen stoßen oder so Total auf den Film 300 angespielt, ja Echt? Aber nice Das bist du ja auch noch nicht LOL Hoch Aua Ich bin Morgana, ich muss... Aua Die ganze Zeit pushen Pitchpabooms Pitchpabooms Okay Ist doch ein etwas härteres Metal in der Mitte Ja? Ja, Morgana kann halt ultimativ pushen, ne? Super doof Verwöhn mich Verwöhn mich Oh Gott! Oh Gott! Ganz schlecht! Oh Gott! Das war scheiße! SS, Lee Sin! Und Re Re Noch geh ich nicht Ist das mit? Oh mein Gott, unser Lee Sin... Ja, unser Lee Sin, genau Unsere Amomo Dick bei denen am Jungle Da hört sich das Da hört sich das Okay, kann du... Kann du hellbunt? Ist wahrscheinlich... Kannst du Bot helfen? Haha, bunt! Na komm Ich mach's mit Morgana mit zu... Creepen ist hammerschwer Ja? Ja, die hat halt diesen geilen... Stun, aber den kann man ausweichen, oder? Nee, nee... Die... Levelt nicht auf Stun Denn Stun ist nur ein Mal Ja, ja, aber... Oder wovor hast du... Achso, vor dem AE Genau, also was heißt nicht Angst, aber damit drückt die einer halt ultimativ schnell wieder zurück Oh, cool Roll darf nicht wahr sein Hat die mich echt hier hinten rüstern? Und? Oh, verdammt Scheiße, haben wir nicht nochmal getroffen Verdammt So... Du geiles kleines Früchtchen Bam Das hat's dir mal gelohnt, Wichser Du Wichser, Mama Da darfst du nicht drin stehen bleiben Nein Das tippe ich auch mal Alter, bis der mal da ist, ey Das darf nicht sein Alter, wie ein ewig lang hat das denn gedauert? Das war ja voll gay Wollte ich versuchen, da zu helfen Am Arsch helfen, ey Am Arsch helfen? Ja, ohne Scheiß, hast du ja gesehen Ewigkeiten gebraucht hat Wird das eigentlich im Laufe der Zeit schneller? Oder kommt das drauf an, wie weit man wie die Karte springt? Das will ich aber auch Kein Plan Lass das mit Erzähl mir ein Geheimnis Oh, was das denn bitte? Das ist so für ein geiles Geräusch, das frage ich mich auch, als ob er jemand irgendwie grad Tropete spielen würde Dann hilft der Wichser mir nicht mal Hammer nice Nicht Es ist mit Es ist mit Was begehst du? Et Glocken Et ist mit Oua. Stimmt. Scheiße, dann zieh ich mal schnell zurück. Ah, wobei... Möcht ich mal hier schnell durchschießen? Was ich denn am Vendage reinhau, das ist der Hammer. Juhu. Lasst uns mal richtigen Spaß haben. Was ist mit? Fuck. Shit. Den mit. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, ja, schießt du mal ruhig auf meinem Turm rum, du Wichse. 6-6, der ist. Mhm. Krammer scheiß, genau, Tristan schon 4-1. Den leg mir mal am Arsch. Wer hat 4-1? Tristana. Das ist doch schön. Wer ist denn so dick negativ von uns dann? Oh, na. Bei uns ist aber noch jeder schon gestorben. So. Krammer. Da haben wir die Mega-Aktion an Momo. Hm. Komm, wir müssen jetzt weiter weiter tun, Nios. Der Muay Thai, der nennt. Da haben wir mal nach oben, sagst du? Hm, komm, wir mal entgegen. Bin dabei. Nice. LOL. Alter, war der gut gefangen. Leck mich am Arsch, war der gut gefangen. Den hat's aber jetzt auch, oder? Von dir? Von dir? Ja, den hatte ich drauf. Den von der Momo, den hit er? Boah. Der war nicht schlecht. Boah, läd mir am Arsch. Ich muss es mal heilen, damit ich die schon wieder von der Lane weg muss. Oh, ein Blau holen. Der war nicht schlecht. Umstü. Ah, komm, gib ihm. Sehr gut. Es ist mit. Sehr gut. Es ist mit. Dreh. Dreh. No, no, no. Hm. Hm. Help, top. Oder halt nicht, top. Noch kein Plan. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist liessin. Mhm. Warten wir mal kurz hier, bis die Gegner wieder kommen. Shandadadadada. Nein. Es ist mit. Okay, re. Na, komm. Dann hättet ihr wohl gerne, mit drei Mann habt ihr so noch alle. Die ist denn bei dir? Ja. Okay. Oh, Nocturne. Okay. Ich level hier auch in Ruhe oben weiter. Mach dat. So, da hab ich gegang geworden. Von drei Mann am Tower. Böde. Ich hab das Gefühl, die kommen jetzt hoch. Kann ich irgendjemand erzählen, warum bei mir im Turm Wards steht von denen? Keine Ahnung. Ahaha. Ich wusste es. Muschis. Ich versteh echt nicht, warum da ein Wort steht. Oh geil, der stirbt ja wohl, oder? Alter, was hier alles abhält. Mit ihrem scheiß Mana-Schild. Oh ja. Ist doch schwul. Vollkommen klar. Oh ja. Miss Lee Sin. Stop. Oh geil. Mach Spaß, wie die auf die Fasse gekriegt habe ich schon. Nocturne. 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 Hör, ich darf nicht was und habe ich den nicht gekriegt den Nocturne. Komm schon. Gebt ihr! Scheiße. Aber jetzt ist es hart, öde. Was? Was? So, der Tum ist jetzt wenigstens im Arsch. Hmhmhm. Nockt schon ist hier. Bei mir. So. 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 So.